Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie man einfach und schnell Tickets für die Lucky Block Verlosung kaufen kann. Alle meine Videos geben lediglich meine persönliche Meinung wieder. Sie stellen keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Binance ist eine Handelsplattform für Kryptowährungen unter anderem und ist dabei eine der größten Börsen. Auf Binance könnt ihr eure Token mit Euro oder auch mit anderen Fiat-Währungen kaufen oder auch eure anderen Kryptowährungen dafür benutzen. Falls noch nicht geschehen, benötigt ihr zuerst natürlich einen Account bei Binance und auch entsprechendes Guthaben dort. Meine 30 Dollar in Bitcoin, die ich noch habe hier, tausche ich jetzt in die Binance eigene Währung BNB. Ihr nutzt dafür einfach eure Währung, die ihr gerade zur Verfügung habt, also Bitcoin, Euro, Dollar, was auch immer. Danach könnt ihr mit dem Klick auf Withdraw die gerade erstandenen BNBs auf eure Metamask schieben. Durch den Klick auf eure Metamask-Adresse wird diese in die Zwischenablage kopiert. Diese wird einfach bei Binance eingefügt und dann klickt ihr auf Withdraw. Jetzt müsst ihr noch ein paar Fragen beantworten. Damit möchte Binance sicherstellen, dass ihr keinem Scammer aufgelaufen seid. Nachdem die Fragen beantwortet wurden, könnt ihr die Übertragung der BNBs zu eurer Wallet bestätigen, müsst dann nochmal zwei Faktor-Authentifizierung bestätigen und nach kurzer Zeit sind die BNBs in eurer Wallet. Mit den BNBs möchten wir nun Lucky Blocks kaufen. Dazu geht ihr einfach auf den Swap-Button. Den Lucky Block Token findet ihr nicht in der Listbox. Ihr müsst dort oben dann einfach die Smart Contract Adresse eintragen. Diese findet ihr bei BSC-Scan oder CoinMarketCap und könnt die auch mit einem Klick in die Zwischenablage kopieren. Achtet darauf die richtige Smart Contract Adresse zu kopieren. Dann gebt ihr die Menge an, die ihr von BNB zu Lucky Block swappen wollt und klickt auf Swap überprüfen. Danach noch einmal auf Swap klicken und die Lucky Blocks suchen sich ihren Weg auf eure Metamask. Auf der Ticketseite von Lucky Block wählt ihr eure Sprache aus, verbindet eure Metamask. Falls die Metamask noch nie verbunden war, müsst ihr das auch nochmal bestätigen und dann können wir Tickets kaufen. Ein Ticket kostet einen Dollar und es müssen mindestens fünf Tickets gekauft werden. Ihr könnt auch mehr kaufen, dann noch die Teilnahmebedingungen akzeptieren und auf Approve Contract klicken. Den Kauf müsst ihr in Metamask nochmal bestätigen. Achtet darauf, dass ihr immer noch ein bisschen BNB in eurer Wallet habt, weil die Gas Fees über die Wallet in BNB abgerechnet werden. Danach klickt ihr auf den nächsten Schritt Ticket kaufen und bestätigt dies in Metamask. Die Tickets werden nun gekauft und erscheinen kurz danach in eurer Ticketliste. Jetzt heißt es nur noch Daumen drücken und abwarten. Die nächste Ziehung kommt bestimmt. Ich wünsche euch viel Glück bei den Ziehungen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 . Ciao. 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 .